Wenn man hier im Strandland geht, muss man neuerdings aufpassen, dass man nicht von Drachen erschlagen wird. Normalerweise lassen wir ein bisschen weiter oben am Strandsteigen, aber man kann nur rücksichtslos sein. Weck an der Wasserkante sind wir nur in die Stelle, wo die meisten lang gehen wollen. Wo man weg nachvollziehen kann, ich will auch nicht da oben gehen, weil man auch dichter im Wasser sein kann. Aber gut, da ist es ja nur wieder, es ist so ein Meckern. Guten Morgen, es ist Dienstag, der 27.10.2015 und vorher ganz vergessen, was aufzunehmen, muss man langsam anfangen. Mit Cookie am Strand, es ist 10 Uhr oder so, keine Ahnung, dass ich mein Zeitgefühl habe. Es ist wieder herrlichstes Wetter des Baden, zumindest wenn ich frei habe. Guck mal, der Hund stieß wieder Freunde, hat dann natürlich ein Problem, jetzt hat er geworfen, jetzt wird er sie nicht mehr los. Ich habe mir einen leckeren Obstsalat. Die macht es mir letztens, die ich gekauft habe und die Äpfel, die ich aus der Oka-Markt mitgebracht habe, aber ich glaube, mir noch gar nicht gezeigt, oder? Ja, ich küsste es jetzt schon, halt mehr, richtig gute Äpfel. Jetzt könnte ich eigentlich, nee, morgen kochen wir mal Kartoffelsuppe. Jetzt werde ich mich mal um meine Garderobe und mein Brett kümmern. Mein Vater hat mir ein neues Schneidebrett gezimmert und das muss noch eingeölt werden. Und ich habe letztens schon neue Haken für meine Garderobe hier geholt. Ich habe die Garderobe bei Amazon bestellt und die Haken, die ich dazu bestellt habe, die sind zu klein. Die passen nur auf der Stange und nicht auf der hier. Und deswegen habe ich letztens neue Haken gesorgt und die bringe ich da jetzt an. Ich habe gerade festgestellt, ich kann mein Brett noch gar nicht einölen, weil ich kein Küchenpapier mehr habe. Da muss ich wohl nochmal los in der Küchenrollen holen oder Küchenpapier holen. Hallo. Ja, wir ziehen. Danke, das ist gut. Ist das ein Mann? Nee, brauche ich nicht. Schön, das ist dann, ne? Gleich was. Danke, das ist dann. Ich habe den Schrauben halt schon erlöst. Jetzt muss ich hier nur noch die Teile auspacken. Ich muss hier nur noch die Teile auspacken. Okay, das ist dann auch die Teile auspacken. So. Alter, aber gerade so. gradi so warum ist überhaupt der ton bei meinem handy an das ist ein bisschen ausrichten und festziehen das ist eine scheiß fummelei wir müssen mal gucken kann ist so eine fahrt geht mit mir gar nicht sind oder schraube drin sechs kant in sechs kant hier im bus und das heißt es oder jetzt festgeschritten kann man nicht mit einer hand macht man den scheiß aus so fertig wo ist denn was auch ausklar wechselpfehlter machen Du nimmst da einmal keine Kamera mit, war gerade mit dem Hund draußen und naja, erzählen das langweilig, aber ja, ist ärgerlich. Wäre schon ein bisschen lustig gewesen. So, ich bin zufrieden mit heute. Ich habe drei Videos veröffentlicht, hängen quasi nur einen hinterher. Morgen halt noch frei, dann schaffe ich noch. Wird schon gehen, muss ja, in diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, kommentieren, liken, ihr wisst und bis zum nächsten Video. Tschüss. Kaffee und Lebkuchen. Hallo Jens.